Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Legacy Prisoner. So, wir... Ähm... Was war eigentlich mit dieser Tür hier? Ist verriegelt, ich muss einen Weg finden, um den Bolzen zu bewegen. Das ist wohl kein guter Weg. Kann ich das hier mitnehmen? Aha, du gehörst hier ran, ne? Okay, sehr schön. Da fehlt uns aber noch einiges. Ähm, gut, ich glaube, ich möchte auch erstmal die Regelung Kanzel dort lösen. Einmal hier. Äh, drehe die Scheiben, um einen vollständigen Weg zu bekommen. Ja, das ist... Das habe ich mir schon gedacht. Ein Weg wohin denn, bitte? Ähm... Das wird nicht gehen, weil dann passt das hier nicht zusammen. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Ach, hier auch noch. Toll. Ja. Sie genau... Ist besser. So. Jetzt habe ich das hier natürlich alles total verschoben. Ähm... Haut das hin? Ja. Okay, sehr schön. Ein Herbstelement. Frühlingselement. Okay, gut. Dann haben wir ihn hier noch. Und den setzen wir jetzt hier ein. Verschiebe alle Chips in eine rote Zelle. Jeder Chip kann so oft wie die Anzahl der Punkte auf seiner Oberfläche bewegt werden. Äh... Eins, zwei, drei. Okay. Eins, zwei. Sehr schön. Das sind vier. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Sollte passen, ne? Das sind drei. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei. Ich versuch's einfach mal eben. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob dieser Weg wirklich schlau ist. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Okay. Sehr gut. Und da ist es offen. Ach du meine Güte, was ist das? Ach, ist das hier Frühling und so? Aber da fehlt noch ein bisschen was, ne? Würde ich sagen. Hier haben wir den Herbst. Was haben wir hier? Hier haben wir ein Winter-Element. Wie hübsch, wie hübsch. Hier haben wir das Chameleon-Objekt auch noch. Meistens sind sie ja in der Nähe zusammenzufinden. Meistens, nicht immer. Ne, das ist leider auch keins. Hier fehlt mir noch was. Ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt schon... Ja, anscheinend haben wir alle. Dann fehlt es nur noch hier. Ich hätte es gerne. Da. Gut. Ach. Wir haben ihn ja. Bitte was? Drücke die Statuen in der richtigen Reihenfolge, um sie zu aktivieren. Was ist denn die richtige Reihenfolge? Frühling, Sommer, Herbst und Winter oder was? Ne. Er bleibt bestehen. Frühling, Winter. Aha. Ja, okay. Aber da fehlt immer noch etwas. Wo könnten wir denn noch... Spezieller Schlüssel? Ach. Ich komme da nicht dran. Ich komme da nicht dran. Okay. Und dann hatten wir aber noch einen Punkt. So. Das ist nur die Frage. Aha. Die Golem ist verabschiedet. Aber warum hast du Angst gebracht? Dianna kam zu uns bei accident, direkt aus der anderen Welt. Es ist, dass sie geholfen Kitron, ohne zu wissen, wer er war. Der Herr von den Karfu-Tribe hat uns geholfen. Er sagte, dass deine Leute nur diejenigen, die uns zu helfen können. Und jetzt, dass du uns deine Fortschritte gebracht hast. Es ist, dass wir nicht in Ordnung von Kitron gekommen sind, dass wir hier lange Zeit gekommen sind, zu leben unter der Wasser. Tja, da haben wir einen Spezialschlüssel, der Durchgang ist blockiert. Tja, ich weiß. Der ist doch jetzt bestimmt hierfür, oder? Machen wir. Irgendwie. So, hier brauchen wir noch etwas für den Mechanismus. Nein, das ist zu weit weg. Vielleicht hiermit. Achso, ja, okay. Ein Chamäleon-Objekt. Und ein Sammelobjekt. Am Branden fehlt ein Teil. Das sieht ja auch spaßig aus. Okay, gucken wir mal. Wie ich dann später damit zurechtkomme. Können wir das hier irgendwie einsetzen? Nee. Wofür ist denn jetzt das Gummi? Was hatten wir denn noch? Ähm, wir haben hier noch... Ein Hebel. Und was kann ich hier machen? Hier kann ich anscheinend irgendetwas drucken. Die Kohlen sind noch heiß. Ich muss etwas Holz finden. Nehmen wir doch das. Das ist doch... Sinnvoll. Ah, da haben wir es ja schon. Ähm. Okay, und das ist als nächstes. Ich glaube, da war früher Metall zum Schmieden. Äh, ich würde ganz gerne noch... Das... Nein! Da will ich doch gar nicht rein. Das Sammelobjekt finden. Da haben wir es. Sehr schön. Und etwas anderes haben wir hier anscheinend... nicht. Na dann. Oh, der Propeller. Ja, da müssen wir uns wohl hiermit beschäftigen. Bewege den Chip durch alle Punkte. Jeder Punkt kann nur einmal durch... Durch alle? Durchfahren werden. Okay. Oh, das ist immer spaßig. Äh. Ah, ah. Oder? Doch, okay. Ja, das ist schön. Ich habe aber den Propeller noch gar nicht repariert. Okay, gut. Dann müssen wir in die Werkstatt. Soll ich den jetzt hier reinschmeißen? Machen. Oh Gott. Und einmal abkühlen. Danke. Gut. Und los. Ich bin bereits aware of who you are and what trouble you've caused. Listen carefully. We need to act fast. The only way to stop him is to open the sealed sarcophagus. Wake up Ritoris and reverse the horrible process. Our head scientist Morgeus will create the special stamp you need to remove the seal from the sarcophagus. Tja, das ist natürlich doof. Gut, schauen wir mal. Was war das? Übersicht. Und hier haben wir Fischis. Äh, was für ein schneller Fisch? Ich brauche eine Harpune. Ich brauche eine Harpune. Das ist doch die Fische in Frieden mit. Ähm, ich brauche eine Maske, um zu zielen und zu schießen. Was da ja noch alles so vorhat. Das ist schon erstaunlich. Da waren wir schon. Ich habe die Zwischensequenz eben so ein kleines bisschen an Zapnautica erinnert. Ein sehr schönes Spiel, muss ich sagen. Ach, du meine Güte. Äh, es sind nicht alle Molekülfiguren vorhanden. Ja, okay. Was habe ich denn hier jetzt eingesammelt? Aquarium. Hm, ich brauche ein Diagramm. Nehmen wir doch das. Ja. Oh. Das ist aber dickes Glas. Diese Maske könnte noch nützlich sein. Äh, können wir da mit ran? Aber natürlich. Ah ja. Okay. Geben wir erstmal da rein. Geben wir erstmal da rein. Ja, ich werde mich jetzt erstmal hier umschauen. Bevor ich irgendetwas fülle. Ähm. Was haben wir denn hier? Das ist die Kugel, in die wir das Plankton geben müssen. Ah ja, okay. Ein spezieller Starter wird benötigt, um den Mechanismus in Gang zu bringen. Da haben wir noch ein Sammelobjekt. Kapelionobjekt. Das wäre doch auch noch schick. Ach, da fehlt mir auch noch eins. Gucken wir mal. Halt, warte mal, da liegt doch noch was. Vogelfigur. Okay. Das ist mein Notizbuch. Mein Notizbuch brauche ich nicht. Hier haben wir das Chamäleonobjekt. Ähm, hier gucken wir auch noch mal. Nach dem Chamäleonobjekt. Dann ansonsten müssen wir uns wohl mit den Molekülen beschäftigen. Da ist es. Hm. Nee, da fehlen aber noch einige. Äh, wir haben hier das Aquarium. Die Vogelfigur. Äh, ich weiß gerade nicht. Da ist hinten was dran. Ich kann nur gerade nicht genau sagen, wo das hin soll. Nee. Wir sind hier schon richtig. Aber da gehört es nicht rein. Da soll ja... Oder? Das ist es nicht. Habe ich irgendetwas übersehen? Ja, es geht noch weiter nach unten. Okay. Sehr schön. Hier haben wir noch eine. Hier haben wir eine Harpunensperrspitze. Und hierzu möchte sie irgendwie nichts sagen. Gut. Dann nicht. Und hier kommt ein Piepmatz rein. Ach, und da geht es dann auch noch weiter. Menschenskinners. Hier ist was los. Putschhaft. Okay. Ja, vielleicht können wir das. Vielleicht hilft ein spezielles Aquarium. Nehmen wir doch das. Was brauchen wir noch? Wie lockt man das Planton heraus? Äh, das kann ich dir jetzt gerade noch nicht sagen. So, haben wir denn hier noch Gegenstände? Gibt es hier überhaupt Gegenstände? Ja. Gibt es? Ach, schade. Ich dachte, das da oben wäre eins. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich sehe gerade kein einziges. In Sammelobjekten hatten wir ja diese... Ach doch, da. Ah. Sammel alle blauen Kristalle. Okay. Machen wir. Das war gar nicht meine Absicht jetzt. Aber ist nicht schlimm. Sehr lustig. Wie sie hier an Randale macht. Wie viele noch? Zwei. Da ist nix. Hier ist auch nix. Äh, wo hatten wir denn noch... Ach, da ist noch einer. Okay. Okay. Starter. Äh, ja gut. Aber ich hätte gerne noch... Was fehlt uns hier noch? Das Chamäleon-Objekt, ne? Den hätte ich eigentlich ganz gerne noch, eben bevor wir uns hier verkrümeln. Geht's nach oben. Da ist es. Okay. Wie, jetzt komme ich doch nicht mehr nach oben. Machen wir das so. Ähm. Gut. Und ein Fischi. Ah. Ein Köder. Elektronisches Plankton. Sehr hübsch. Okay. Okay. Danke. Sie war eben ein kleines bisschen abgehackt. Dankeschön. Gut. Ähm... Ich setze ihn mal ein. Ach, ich weiß immer nicht. Ordne die Chips so an, dass alle... Ach so, muss ich die wieder tauchen? Was? Ach! Ach du meine Güter. Okay. Ja, ich würde ihn schon in der Mitte lassen. Ähm. Ja, das wird ein bisschen dauern, glaube ich. Dies wird ein bisschen dauern. Den hier oben brauchen wir unten. Unten. Genau. Vielen Dank. Et voilà. Sehr schön. Ich habe gar nicht damit gerechnet, dass es so schnell geht. Ja, komm, dann machen wir das jetzt noch. We need to go up to the complex. Ist gut. Ein Lenkrad. Möchtest du mir noch was sagen? Oder warum kann ich hier noch hin? Sagen tut sie schon mal nichts. Nein, ich kann hier aber noch weiter rein. Bretter. Warum? Sag mir doch was dazu. Ah, okay. Gut, danke schön. Und da haben wir alle Chameleon-Objekte. Sehr gut. Was brauche ich noch? Äh, fast fertig. Aber ich muss die Bretter irgendwie befestigen. Okay, dann müssen wir noch... Oder geht das... Gut. Sehr schön. Geht das hier rein? Nein. Nee, wir sollen ja auch zum, äh... Sarkophag. Äh, wo war der denn? Der war hier, ne? Ach, shit. Okay. No! Thank you. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Und hier bin ich doch immer relativ fix durch Aber es ist eine schöne Wimmelbildreihe Macht auf jeden Fall Spaß Ja, dann werden wir uns im nächsten Part mit dem Bonuskapitel beschäftigen Wenn man mag, darf man dazu gerne einschalten Tschüssi